Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Erst einmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, ihr seid alle schon wach, genießt das schöne Wetter draußen. Für mich geht es dann später auch erstmal den ganzen Tag unterwegs. Ich hoffe, ihr genießt es auf jeden Fall. Momentan traden wir ungefähr 20.400 US-Dollar. Wenig Änderungen, eher doch ein bisschen mehr Downside zu erwarten. Doch kein Recovery jetzt am Wochenende. Aber gut, darüber werden wir jetzt auf jeden Fall sprechen im heutigen Video. Auf jeden Fall, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt einfach auf die Glocke, dann werdet ihr immer zu einem neuen Video benachrichtigt. Zwei Infos noch. Einmal, gestern ging noch das PrimeXPT Copy Trading Video online. Könnt ihr euch gerne angucken. Einfach unter den letzten Videos, also das letzte Video von gestern. Ist schon mal gut angekommen. Ihr könnt 3x50 Dollar, 3x100 Dollar oder 3x150 US-Dollar gewinnen. Die Codes werden dann am Montag von mir verschickt, beziehungsweise werdet ihr dann von mir benachrichtigt. Also wenn ihr Bock habt, erstellt euch einfach einen Account, guckt euch das Video an. Ist ein bisschen beschissener gelaufen, sag ich mal, was ich Fehler gemacht habe. Aber gut, daraus könnt ihr lernen. Schaut es euch auf jeden Fall an. Und später um, ich glaube um 10 oder um 11, kommt noch ein Video bei XRP Deutschland. Durfte ich Gast sein, aber das werde ich euch später alles noch in die Telegram-Gruppe oder sonstiges reinposten, damit ihr es auf jeden Fall nicht verpasst. Wie gesagt, jetzt starten wir direkt durch. 20.400 US-Dollar. Wir sind weiterhin in einem klaren Downtrend. Volumen lässt deutlich nach. Wir haben weiterhin noch unsere kleine bullische Divergence, die meines Erachtens immer noch nach oben hin ausbrechen sollte. Zumindest mal in diesem Bereich hier oben. 23.000 US-Dollar mindestens. Ziel sind eigentlich 24.000 bis 25.000 US-Dollar. Momentan echt wirklich wenig Bewegung. An so einem Samstag oder so. Ich glaube CME Gap müsste so bei 20.400, 20.500 US-Dollar circa sein. Die 1-Stunden E-Mail-Ribbons sind deutlich, deutlich Widerstand. Also hier kann man auch ein bisschen Scalping betreiben, zumindest mal in den Ribbons kleinen Short setzen und dann sofort Stop-Loss-Entry. Ansonsten echt wenig Bewegung. Die Aktienmärkte haben positiv gestern, glaube ich, noch geschlossen. Also von der Seite sollten wir jetzt erst einmal kein weiteres Downside erwarten, zumindest jetzt über das Wochenende. Dann ist noch verlängert das Wochenende, das heißt am Montag haben die US-Börsen noch geschlossen. Ob das Auswirkungen haben wird, sehen wir dann auf jeden Fall. Ich erwarte auf jeden Fall ein ruhigeres Wochenende, zumindest wenn es keine signifikanten News mehr gibt. Und trotzdem wäre so eine kleine Recovery nach oben einfach sinnvoll. Auch hier die 1-Stunden-200er SMA, 200er EMA liegt auch in diesem Bereich bei 23.000 bis 24.000 US-Dollar. Jetzt gehen wir nochmal in den 4-Stunden-Chart. Da sind die auf jeden Fall noch deutlich weit entfernt. Da sind wir hier bei 29.000 US-Dollar. Deswegen so die 23.000, 24.000 US-Dollar sind einfach so dieses erste Ziel, was man sich am besten vorstellen kann. Zumindest als kleine Recovery. Vielleicht wirklich nochmal so ein kleines Fake-Out und nochmal ein kleines Lower-Load zu bilden. Zumindest bis knapp unter 20k, um einfach vielleicht noch ein paar Stop-Losses oder sowas zu killen, weil die Liquidität halt eben darunter liegt. Auch mit diesem krassen Volumen. Trotzdem würde ich damit noch ein bisschen vorsichtig sein, dass wir jetzt hier gleich den nächsten Abverkauf sehen. Auch, um jetzt nochmal auf den 1-Stunden-Chart reinzukommen, weil wir hier so ein kleines Rounding-Bottom mittlerweile hier einleiten können. Also ihr seht es hier ganz gut. Wir haben uns da tief gebildet, geht jetzt ein bisschen seitwärts und versuchen jetzt vielleicht hier so einen kleinen Boden zu bilden. Das haben wir jetzt schon des Öfteren auch bei den Altcoins damals gesehen, wo wir noch in einem Art Bullenmarkt waren. Das wir ewig lange konsolidieren, dann so ein kleines Rounding-Bottom bilden, um dann von hier so eine kleine Trendwende zumindest nach oben hinzukriegen. Also was dann zumindest bei den Altcoins der Fall war, wir sind nach oben hin ausgebrochen, hatten dann noch so ein kleines V-Shape-Recovery, also so ein kleines Adam-and-Eve-Pattern, um dann, sag ich mal, nach oben hin auszubrechen. Aber gut, das ist alles Zukunftsmelodie. Momentan sieht es noch nicht danach aus, dass wir genug Kaufvolumen oder genug Kaufkraft da reinkriegen. Trotzdem gehe ich jetzt erst einmal nicht vom nächsten Step 17, 18k aus. Also wäre zu heftig, meines Erachtens nach. Wir versuchen jetzt hier langsam so eine Bodenbildung, eine Stabilisierung reinzukriegen. Die Range, die wir hier gebildet haben, gilt weiterhin. Also zwischen 20 und 23k, hier könnten wir uns auf jeden Fall erstmal noch aufhalten. Trotzdem übergeordnet ist das Ziel erstmal hier dieser Bereich von 24.000, 25.000 S-Dollar. Ich vermute auch, hier liegen noch eine Menge, Menge Shorts. Das sieht man auch, diesen ganzen Wicks, die hier immer nach unten gingen. Das heißt, hier liegt die Liquidität. Hier sollte der Markt eigentlich zuerst hin, bevor wir dann wirklich hier möglicherweise die letzte Korrektur sehen, wenn überhaupt. Oder wir dann einfach in einer riesigen Seitwärtsphase erst einmal enden. So viel dazu. Es gibt echt wenig zu sagen momentan. Wir können uns mal ganz kurz noch die Bitcoin-Dominates angucken, die weiter am Durchdrehen ist, beziehungsweise deutlich am Fallen. Das haben wir ja schon darüber gesprochen, dass die 45%-Hürde so der nächste Step wäre. Wir befinden uns jetzt knapp darunter, 44,87, also Altcoin-Season in Anführungszeichen. Das Geld fließt wieder deutlich mehr in die Altcoins rein, zumindest momentan. Muss man mal ein bisschen schauen. Trotzdem, solange wir hier dieses Tief hier erst einmal nicht unterwinden, sieht es erstmal gut aus. Auch für Bitcoin, so eine kleine Korrektur war einfach absehbar, weil wir hier einfach in den dicken, dicken Widerstandsbereich reingekommen sind. Trotzdem glaube ich nicht so wirklich, dass wir hier jetzt eine fette Altcoin-Season kriegen, dass die Altcoins jetzt fundamental oder generell extrem jetzt nochmal ansteigen werden. Klar, die Altcoins haben deutlich mehr verloren als Bitcoin, muss man auch dazu sagen. Deswegen, so eine kleine Recovery tut denen auch ganz gut. Werden wir jetzt mal weiterhin beachten. Also unter 44,4% sollten wir nicht fallen. Ansonsten kann es relativ flott gehen, weil wir auch hier ein Void haben. Die Frage ist, wie das bei der Bitcoin-Dominance, ob das da wirklich so signifikant ist, wenn wir hier Voids haben, zumindest auf den kleineren Timeframes. Müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Also das ist jetzt so die Area, wo ich sagen würde, okay, hier könnten wir uns das erstmal aufhalten. Zumindest dann Bounce hin, um dann weiterhin nach oben zu steigen. Man muss nämlich auch sehen, in dem Bärenmarkt ist halt die Bitcoin-Dominance deutlich, deutlich höher. Und in dem Bullenmarkt fällt die dann immer weiter runter. Also ist das vielleicht dann auch ein positives Zeichen, umso höher die Bitcoin-Dominance steigt. Klar, die Altcoins bluten, aber vielleicht für den weiteren Verlauf gar nicht so verkehrt. Gut, dann schauen wir uns auf XRP an, weil später eben das Video bei den Jungs von XRP Deutschland kommt. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Hat richtig Bock gemacht, kann ich echt dann nur empfehlen. Auch hier wenig Bewegung, 0,32 Dollar. Fehlen einfach auch die Impulse. Also klar, wir haben auch hier einen steigenden RSI. Wir haben einen leichten Abtrend gebildet. Trotzdem, wir haben jetzt schon wieder kein höheres Hoch hier gebildet. Also es ist schon mal kein gutes Zeichen, zumindest für den weiteren Kursverlauf. So ein kleines Symmetrical Triangle könnten wir hier auch bilden. Aber ganz ehrlich, momentan auf so kleineren Timefills, vor allem auf den 4-Stunden-Schalt jetzt irgendwelche Triangles in einem übergeordneten Downtrend zu bilden, würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen, dann eher wirklich mit Spot-Orders hier reinzugehen. Traden momentan ist zumindest bei so größeren Sachen echt schwer. Die kleineren Projekte, wir hatten es gestern mal ganz kurz, ich glaube, boah, was war denn das? Keine Ahnung. Wo dann extremer Pump war, da kann man dann, ehrlich gesagt, relativ gute Shorts reinsetzen. Aber ansonsten macht es momentan zumindest echt, echt wenig Sinn. Uniswap, 4 Stunden E-Mail-Ribbons-Widerstand, auch hier. Da hätten wir zum Beispiel das beste Beispiel, wo man zum Beispiel sagen könnte, okay, da könnte man Short probieren über die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Deutliches Kaufvolumen, Void gebildet und das wird natürlich in aller Regel wahrscheinlich gefüllt. Jetzt noch in den Short reinzugehen, macht einfach keinen Sinn. Wir sind weiterhin in dieser grünen Support-Box. Wir haben unseren WIG gefüllt, gutes Zeichen. Monats-S1-Support, auch gutes Zeichen. Trotzdem, der WIG hier sollte wahrscheinlich noch gefüllt werden bis ungefähr 3,38 Dollar. Also so nur mal für die ganzen Spot-Orders oder für die ganzen Spot-Freunde unter euch. Könnt ihr euch das auf jeden Fall mal angucken. So, haben wir sonst noch irgendwas, wo wir uns mal ganz kurz angucken können, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe? VeChain, auch viele Fans draußen, auch ich beispielsweise. WIG, wo wir damals drüber gesprochen haben, wurde gefüllt, gutes Zeichen. Jetzt konsolidieren wir hier auch und versuchen zumindest so einen kleinen Boden zu bilden. Auch hier, aber ganz ehrlich, kann man nicht ein bisschen mit Bitcoin vergleichen. So ein kleines Rounding-Button, wo wir hier zumindest langsam versuchen. Wir versuchen höhere Tiefs zu bilden. Wichtig ist aber dann auch höhere Hochs zu bilden, aber das Volumen ist halt absolut Mangelware. Wir haben auch hier eine kleine Bullish Divergence gebildet, die ein bisschen ausgespielt hat, aber jetzt auch nicht wirklich. Also wir haben hier noch ein bisschen Druck dahinter, um auf jeden Fall nach oben hin zu steigen, was natürlich auch bei Bitcoin der Fall ist. Trotzdem weiterhin vorsichtig, Bitcoin-Longen-Position kann man jetzt vielleicht sogar ein bisschen probieren, um nochmal ganz kurz auf Bitcoin zu sprechen zu kommen. Wäre eine Möglichkeit, aber dann echt ein Stop-Loss, so 19,5, 19,4. Einfach um so einen kleinen WIG nach unten hin auszuhalten, bevor wir dann wirklich zumindest kurzfristig die 23.000 bis 25.000 US-Dollar anlaufen. Gut, soviel dazu. Schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Bericht zeigt, Banken verbrauchen 56 Mal mehr Energie als Bitcoin. Was für eine Überraschung. Zeigt ihr den Klimaaktivisten oder jeden Anti-Bitcoiner, keine Ahnung. Schickt den Artikel rum, ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Da wenig zu tun ist, wenig im Markt passiert momentan. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen sonnigen Tag. Genießt den Tag. Glotz nicht zu viel auf den Chart. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh zum Update-Video-Video. Und Copy-Trading-Video anglotzen. Kommentieren, wenn ihr gewinnen wollt. Beziehungsweise auch einen Account machen zählt natürlich auch dazu. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich freue mich drauf. Und bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.